Weiter geht's! Weiter geht's! Meins wieder, oder? Äh, ja. Ist es zu früh mit dem Trinken anzufangen? Nein. Ja. Und Jings? Aber egal. Imagine, die Runde wäre dann nicht abgebrochen, das wäre so geil gewesen. Aber wir haben dafür die Runde danach direkt auch gewonnen, also. Ja, safe, safe. Schon in Ordnung. Hätte ja auch sein können, dass wir Zeit verflampert hätten in der anderen Lobby. Hier ist auf jeden Fall was mitgekommen. Einer noch oben. Nice, schön fest. Egal. Raus mit euch! Hast du mich angeguckt oder so? Ich pupse dir ins Gesicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Zwischenpups an, kleines ZP in Z. Hallo, hallo. Kein mehr reden. Okay, back to focus. B2B960 im Chat. Äh, B2F69. So, das im Chat. Degel, gleich kommen hier irgendwelche Drogen raus. Back to focus 69. Back to back to back to back to back, jetzt. Hier ist die ganze Zeit... Achso, die ist oben. Ja. Ich nehme Bounty an. Ich habe Dronne. Ich mache einfach mal an. Ich finde das anfangs Bounty eigentlich ganz gut. Ja, ja. Der ist direkt bei uns auch. Nice. Drohne beginnt Überflug. Ja, er ist genau über mir. Das ist wichtig. Ich brauche noch ein Stückchen für dir. Wichtig, ja. Nice. Chupapi, Munyanyo. Chupapi. Ich habe Chupapi verstanden einfach. Hä, wir haben kein Geld bekommen. Jetzt. Ohne Treffstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Aufstehen. Doch jetzt, gerade. Bei mir stand 1-3. Wie jetzt aber, warum so wenig? Weil es erstes Bounty, weil es so früh ist. So, wir haben 1.600 und 1.000. Ja, ja. Je später das Bounty ist, desto mehr Geld gibt es. Er ist hier drinnen. Ja, mittlere. Ja, es ist ein grüner. Alle Platten weggeschossen. Ja, er war trotzdem grüner. Ach! Ziel weggeschnappt? Nee, das macht ja keinen Sinn. Ich habe den doch geholt. Das war der doch. Ja, aber da stand irgendwas mit Ziel weggeschnappt. Okay, ja, dann... Okay, dann rabbi's nicht. Dann war das Flash Bounty gerade. Äh, Flagge wurde angenommen. Siehst du wo? Nee. Hm, da ist einer. Der geht hier gerade hoch. Die Leiter. Und der andere ist hinten. Chupapi. Okay, was ist denn da jetzt gerade los, Phil? Hallo? Egal, weiter, 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 weiter. Wir machen weiter. Okay, ist ein Bug. Hatte jemand aus dem Chatkasten auch schon. Okay, okay. Da ist, glaube ich, einer... Da fliegt einer. Der ist da. Komplett One. Tschüss. Der Fist gerade. Ich glaube, er ist ein bisschen stuck. Nein, 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 nein! Chat macht schon Auge! Ey! 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 Ruhe Chat! Ruhe! Kein, 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 kein... Kein Auge auf Lobby. Kein Auge auf Lobby. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Nee, jetzt. Aber da ist ganz schnell Feierabend. Ich nehme den Hayley mit. Da ist ganz schnell Feierabend jetzt hier, Chat. Ihr kommt alle auf die Liste. Auf die Liste. Ihr seid alle auf die Liste. Ihr seid alle auf die Liste, ja. Alle Whiteliste. Ich fliege. Kein Problem. Also, wir machen jetzt hier nicht. Auge auf die Lobby. Wir müssen mal irgendwo hin. Hm. Flagge. Warte, ich komm mal hier rein im Flug. Komm mal hier rein im Flug. Das ist ja doof. Kostet Zeit. Hallo Phil, hallo. Bin da. Kinkel da. Das ist mein Platz. Hier unten ist ein Gegner. Viel Spaß mit den Modes. Ja, achte aber auf die, ähm. Zwei. Ja, sind wir beide da. Sind wir beide da. Oh, der Feli. Der Feli. Der Feli. Hallo. Feli. Der, der Feli schießt. Der lebt noch. Ich fliege. Jetzt, go rein. Wir haben auch nicht genug, äh, Geld für Drohne. Ich kann nicht rechnen einfach. Zum Glück war ich da auch gar nicht mit dem Heli. Ne. Schofi, land mal kurz. Ich bin gelandet. Hast du das super gemacht. Diesmal fahre ich. Flagge machen wir. Ziehen wir durch. Sind wir Männer. Sind wir Männer. Digga, warum hat man eigentlich bei, bei dieser, bei der Waffe an der Seite nur ein 80er FUV? Das ist irgendwie Quark. Bei welcher? Ein bisschen quarkig. Na ja, am Heli. Dann hast du 80er FUV. Achso, achso. Ja. Oh, ich hab so Hunger. Mein Rubber. Hat heute tiefes Gewicht. Lowest weigh-in bisher. 101,8. Ah ja. Wir bleiben drin. Ja, nächste Flagge. Neue machen Sachen. Ja, warte. Ich hab hier grad nichts. Irgendwie. Hier ist ne Flagge. Bei Factory. Ja, dann zieh mir hier nochmal ne Drohne, würde ich sagen. Wir machen, ja. Dafür auch mal ein ZGG, Chat. Wir kehren die unter uns. Okay, ja, kann man. Also das ist mit dem Coy nämlich vorhin recht. Wir dürfen jetzt hier nicht zu... Wir sind nicht best. Direkt auf mich. Achso, die sind über uns. Äh, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ja, warte. Einer ist hier außen, vor dir. Komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein. Neues Team? Ja, ja. Da hab ich zwei Teams. Es wurde eine Nebula-5-Bombe entdeckt, wachsam leise. Die sind auf dem Dach, ne? Ja, auf diesem Vordach, links. Naja, ich hab ein Cluster. Warte kurz. Luftschlag auf diese Position. Komm. Genau unter uns. Ist gar nicht, ich hör gar nichts. Ja doch, ich seh ihn. Der Heli ist einfach gesprengt worden dadurch. Ah, stimmt. Shit. Ja, das war Anarchy. Das hat's nicht gelohnt. Hier noch einen. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Taktische Atombombe ist unterwegs. Eine Nebula-5-Bombe wurde eingesetzt. Ist die nicht mehr. Das ist noch einer? Hat sich rausgerutscht? Nice, Phil. Alles gut? Ja, wir machen alles, was ihn vor dem Spiel gemacht hat, machen wir in Rebirth. Das macht's so. Ah, das ist doch Handshake, oder? Das ist doch okay. Alles was? Er hat grad gefragt, weil, äh, Vollschutzskip ja nur Squats ist. Man hat's genau umgekehrt. Hm, zu Fuß oder Ballon nochmal runter? Ja. Ja, ja, Ballon, Ballon. Komm noch hin. Okay, Handshake. Top. Ja, anders geht's ja eh nicht. Ja, ja. Das ist, glaub ich, auch jetzt keins leichter oder schwerer. Ich glaub, ja, ich glaub sogar Rebirth. Könnte ein bisschen sweatiger sein. Ja, ja, ich glaub tatsächlich. Also vielleicht, ich weiß es nicht. Ich spiel das beides nicht so viel. Wir müssen zur Sicherheitszone. Sofort! Äh, Flagge ist hier auf dem Weg. Sonst sollen wir jetzt den Ballon in Mainz direkt durchfliegen. Ja, können wir. Ja, das muss ich vergessen. Ja, kriegen wir gleich. Hm. Ich glaub, da im Auto steht einer, wenn ich's richtig gesehen habe. Nee. Rebirth fliegt, glaub ich, auch ne etwas schnellere Klasse. Also nicht so auf. Weil die empfiehlt sich schon sehr langsam. Naja. Äh, lassen nächster Ballon direkt hier. Und dann Richtung Arsenal. Mhm. Haben wir denn da noch irgendwo ne Flagge? Ja, ja, bei Arsenal. Äh, nee, wir haben das hier wieder. Dieser geheime. Flagge links von euch und einer geschrieben. Wurde gemacht, oder was? Ja, aber scheiße. Wir wollen ja nicht, nicht zu offensiv spielen, ne? Aber wir haben ja auch hier ne Flagge, ne? Ja, dann lass die nehmen. Die hab ich nicht gesehen. Ja, ich glaub, Cooper spiel ich auf Rebirth tatsächlich. Aber jetzt erstmal hier Fokus auf... ...du, ne? Kann halt sein, dass hier rechts oben welche sind. Da ist ein Heli. Lass dich nicht schleudern. Na, aber da steht keiner. Ja? Der Wirkungsbereich der Nebulanz... Der Wirkungsbereich der Nebulanz... ...dann ist ein Satisfying Flug, war das? Ja, er macht das. Das Gebiet ist sicher. Das war Satisfying. Ich war hier noch nie und hier ist ne Chest einfach offen. Und ich kann das nicht mehr. Pass auf die Kräne auf, ne? Ein bisschen sus, dass hier alles schon gelootet war. Da snipen sie nämlich schon. Die kleinen Muggel. Ja? Wo? Ich weiß nicht. Ich war nur... Ich kann mir vorstellen von da vielleicht. Geht das auf dich? Ne, ne. Ich hab nur Shots gehört. Dann warte ich auf dich mit der Flagge, damit's schnell durchgeht. Ich check nochmal kurz den Kran vorher ab. Ich seh auf dem... Ja doch, hier. Hast du ne... Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin safe. Ich bin safe. Versuch's durchzuziehen. Weißt du, wo der war? Ich... Äh... Glas müsste entweder halt ganz oben oder unten sein. Wir sehen. Wo? Hier. Ich folge ihn. Der geht nach ganz oben. Ganz stark. Der andere hatte aber nochmal in den... Snipe geweint. Snipe immer noch. Der ist halt da. Also das glaube ich nicht, ne? Das ist unbeliebable. Mach mal Flagge. Oh, okay. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Weiß auf. Da oben ist halt noch ein Sniper. Ja, ist geil. Hier bin ich halt safe. Hm? Oh, die wollen die ganze Runde so spielen. Ja, ich schenke auch. Ballon? Also... Ja. Einer ist halt ganz oben. Ich greife den Schützen an. Wir können mit Ballon die pushen, maybe. Ja. Ich brauche Platten. Der nimmt den Ballon schon wieder. Ja, warte hier, hier, hier. Der ist jetzt hier oben gelandet. Wir müssen schnell rein, schnell rein. Okay, bin drin. Ja, ja. Ihr Kleinen. Also das ist ja wirklich krank. Einer müsste oben sein. So zusammen machen. Ja, wir hören den. Zwei glaube ich sogar. Ja. Wir sind... Aber auf dem Dach, ja. Wer ist hier... Nice. Ganz. Ganz. Fuck. Hier, Gas noch. Hm. Schön fit. War da. Haben die eine Sniper gehabt vielleicht? Boah, das wäre... Ne, hatten sie nicht. Ja, die müssen jetzt eh move'n. Dann, ähm... Jaja, die müssen sich mal richtig ficken. Ich sag mal so eine Semi-gute. Posi. Da ist noch ein Heli. Glaubst du, wir schaffen es so einen Ballon? Und dann, äh... Wir snipen hier hin. Hä? Ich habe einen Schild-Break mit meiner... Hä? Wo habe ich denn irgendwas platziert? Ich habe gerade einen Schild-Break bekommen. Ich würde die ab-aimen, Digga. Die würde ich kennen. Die würde ich rausholen. Ja, wir haben... Wir sind halt nicht in der Zone. Wir haben so eine Scheiß-Position. Weil wenn die uns schießen hören und es ist ein Gegner hinter uns da beim Ballon, wo der Heli steht, dann schaffen wir den Cross, glaube ich, nicht, Bro. Weißt du? Ja, gut, das stimmt, ja. Deswegen, ich würde sagen... Er steht halt immer noch da oben drin. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ja, lass versuchen, da hinzukommen vielleicht. Ja. Moin, Jackson. Ah, ganz am Anfang in Mainz hast du eine S-Mini gelegt. Ja. Hier hat gerade jemanden geshit-breakt. Nein. So. Wollen wir den auch noch mitnehmen, den Auftrag? Oder sagst du nicht hochgehen lieber? Halber Roman, was meinst du? Ne, da würde ich nicht hoch. Der ist halb doch von hinten. Kann sein, dass der nicht... Ja, ich habe den nicht mehr gesehen. Ich habe gerade extra nochmal geguckt. Okay. Mal das safe, safe gehen. Da kann ja auch von hier innen hochgehen. Ja. Ach, wir haben ja noch die Flagge. Ja, das ist aber auch eine. Ah, überragend. Das ist doch perfekt. Ja, dann Ballon und Tinder. Es leben auch nur noch wenige, Bro. Mhm. Oder wir nehmen den Truck. Ah, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ich habe das einfach nicht mehr gesehen. Famous last words. Womps. Bei mir steht ein Bartak quer die ganze Zeit und drückt mir in die Lippe. Guck mal, hier ist was cooles. Wusstest du das? Dass man das überlebt? Also wenn du, wenn du auf den Schreibtisch springst, dann überlebst du den Fallschaden. Ah, okay. Das ist cool. Achso, wartet ne Minute. Macht das Sinn? Diesmal macht das Sinn. Diesmal macht das Sinn. Diesmal macht das Sinn. Diesmal macht das Sinn, ja. Guter Kolder, zählt gegen einen Chat. Wer sich umdreht oder lacht. Wird vom... Krieg die Hucke. Was ist die Hucke eigentlich? Also gab es damals ne... Ich fand das... Es hat sich mal ein bisschen unanständig angehört, schon als Kind. Weiß ich nicht. Bringt nichts. Ups. Ja, danke vielen... Danke da. Ja, ist alles gut. Rucke, Rucksack. Rucke gleich Rucksack. Ich dachte irgendwie immer so irgendwas mit Ficken. Okay. Das Gas weitet sich aus. Nice. Sicherheitszone verlegt. Ich bedanke mich... Äh, Julian, danke für den siebten Monat. Kurs geht raus. Sehr, sehr korrekt. Ah, guck mal. Ah, da seid ihr doch, ne? Ihr Schwänze. Die snipen die ganze Zeit. Ich würde... Ich weiß nicht. Warte, warte. Ja, ja. Ja, ja. Lenk die bisschen ab. Ich flankier die. Ja, warte, warte. Ich schieß gleich wieder. Ja. Ja, ja, ja. Ich schieß einfach. Ich seh nichts. Jetzt hab ich fast wieder Failbreak. Ja, die ficken mich jetzt, wenn ich weitermache. Flank hier ist da wirklich gar nichts. Wir warten. Ich flankier wirklich gar nichts. Wir warten. Cooler Radarstörer. Äh, hier, hier Gulag-Zugang. Ah, haben wir ja. Kein Aim ist das. Alles gut, alles gut. Einer knockt. Wichtig. Erst Sheetbreak im Gas. Bedrohung eliminiert. Ich mach jetzt grad etwas eher Wichtiges für uns. Er ist vor mir. Ah, ja. Nice, wichtig. Ja, so spielen die den ganzen Tag. Und dann muss ich mich jetzt anhören. Äh, 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 äh. Mogi! Was musst du denn nochmal anhören? Ah, ne, Heli ist kaputt. Tschüss. Schlammblut! Mann! Was musst du denn anhören? Wirklich! Und so Spieler schreiben ja in den Tätten. Geh ihm mit dem Spiel kaputt. Immer nur mit dem. Äh, äh. Äh. Ich hab's nicht verstanden. Sorry, 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 sorry. Aber sowas fuckt mich ab. Kannst du das nochmal sagen? Nein. Was der Chat dann sagt? Nein. Äh, äh, äh. Ja, und tot. Und tot. Und dann auch noch Karma. Ja. Karma. Und noch neben mir. Ja. Naja. Das war so klar. Wird geschlossen. Ich geh schnell ins Gulag. Versuch zu Ende zu spielen. Ja, der ist... Er ist level. Wenn du hier gewinnst, gehst zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Ich hab einen von denen. Der andere hält mich aber noch. Ich spiel das auf Stim aus gerade. Mhm, okay. Ich kann... Ich hab ne M40, ne Gulag M40. Ich kann gucken, ob ich dir helfen kann. Du hast noch 40 Sekunden wegen Gulag? Ja. Grad ganz schlecht, Schatzi. Gleich. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist weg, er ist weg. Ich seh es hier. Greife den Schützen an. Ich seh ihn, ich seh ihn. Auf mein Auto wird geschossen. Oh, jetzt hat er mich auch gesehen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, Phil. Sehr schön. Das hat er so schlecht gespielt. Ich fass es nicht. Pass auf, pass auf. Wir haben Gegner vor uns. Richtung Haus. Ich glaub ich hier irgendwo. Oh, ja, ja, ja. Fein die dich, die feinen untereinander. Du kannst vor, du kannst vor, du kannst vor. Ja. Hier ist einer unten direkt. Ja, lass sie. Ah, ich dachte, ich dachte, vielleicht push ihn, ne? Beide tot, beide tot. Ja, aber die haben ja gefeilt, vielleicht... Was spielt der hier? Fehlen wir sie? Hallo? Okay, ihr sie? Die anderen waren oben, oder? Äh, da sind zwei, die kommen nicht zu uns. Aber ich brauch unbedingt ne andere Waffe. Cool, ja? Okay. Ich brauch ne Gasmaske. Was haben wir hier? Eine 40. Ich brauch überhaupt ne Gasmaske. Ist da noch einer? Ja, ja, bei mir. Richtig. Hier war ne Streep, bro. Ja, die, ich bin noch nicht dran gekommen. Ich hab die. Nice, nice. Äh, ja, okay. Ey, ich... Soll ich snipen einfach? Ich glaub, ich snipe. Mach mal. Auf die Zone? Ist vielleicht nicht dumm. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Wir haben Drohne uns safe geholt. Ja, ja, ja. Krieg dir noch Geld. Oben links. Ja, 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 ja. Wir haben halt Arsch, Prosi, ne? Wir müssen oben links zu dem Haus, wo die zwei Punkte sind. Und von da aus Moven. Mhm. Würde ich sagen. Ich hab noch ein Präzchen, ne? Die werden aber abgeschossen. Weiß ich nicht. Ne, Matze, komm mal zurück. Komm mal bitte. Ach, Matze, sag ich schon. Ja. Komm mal bitte zurück. Da ist der eine. Irgendwo in der Mitte. Und die werden von oben gefaltet. Ich weiß nicht, ob das der Play ist. Ich würd sagen, wir gehen eher so hier hin. Ja, aber der eine in der Mitte hier, ne? Der ist direkt über mir. Der muss eigentlich direkt oben hier sein. Ich seh, also hier ist auch einer. Die fighten die da komplett. Der wird da irgendwo liegen. Ja, ja, ja. Vielleicht nur ne Drohne. Ja, ich weiß, Lodi Chat. Ich weiß. Aber ich hab Absicht. Ohne eifrig ist halt eigentlich Quatsch gewesen, ne? Ich muss... Wenn du gleich ne M40... Ja, ja. Wenn du gleich ne M40 findest, sag mal Bescheid. Voice cracked. Heartbeat, true. Ich hab noch eine Drohne. Ich guck grad, ob ich den Typen sehe, an dem wir vorbeigelaufen sind. Du schieß'n genau von da... Äh, ne, bis dahin geht die Mine nicht, ne? Es sind zwei Duos, Bro. Es sind zwei Duos. Kann sein, dass er da steht. Okay, okay. Lass einfach hier bleiben. Ja. Soll ich Drohne anmachen für Informationen oder warten noch? Mach an, mach an, mach an. Ich seh'n, ich seh'n. Hier. Ich brauche Aufklärung. Warte, warte. Hast du geschnitten? Drohne beginnt Überflug. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Kannst du brechen sehen? Ja, 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 nice. Die sind jetzt links von uns, die beiden. Der ist wieder knocked. Die sind gut, die sind gut. Wir müssen warten, von links, dumme. Pass auf, von links, von links. Pass auf. Ja, ja, ja. Der andere wird ihn resten. Ja, ja, ja. Die pushen uns auch. Einer ist auch anders. Rückkehr zum Auftanken. Vielleicht werden die von oben gefaltet. Ja, 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 die werden gleich drunter gucken. Safe Call. Ja. Alles gut. Wollt'n Warbring? Ja, ja, ja. Kannst du hier abaimen und ich aim hier ab? Mhm, mhm, mhm. Es geht mein Bestes, ja. Wir haben halt trotzdem High Ground. Ist alles gut, ist alles gut. Mhm. Ja, er ist genau hinter uns. Wichtiges Trophy, stark. Ja, Platte. Ein für allemal. Ist genau hinter uns. Er amt hier die ganze Zeit hin. Ich glaube nicht, dass irgendjemand pusht, actually. Ein Solo, ein Duo, ne? Ja, ja. Ist die ganze Zeit links von uns. Du hast ihn auf dem Hardbeat, ne? Ja, ja. Sind ja alle sichtbar gewesen. Er ist links, die ganze Zeit links. Was? Ich kann ihn halt mit der AX50 nicht... Nein, nein, nein. Nicht piegeln. Ich glaube er ist durch. Warte, warte, warte. Ja, ne. Er ist ein bisschen, ein bisschen in den High Ground gegangen. Die werden sich so oder so gleich fighten müssen. Egal, wo die Sonne hinmooft. Was ist das? Das ist bestimmt ne Vago Essener, ja. Aber die sind nicht mehr auf dem Hardbeat. Ah, im Osten immer noch. Okay, das kriegt. Kannst deinen Marker einmal wegmachen. Das wäre super. Schön. Schön. Hardbeat nochmal. Der ist immer noch alleine im Osten hier. Hinter uns nicht. Ja, immer noch Osten. So schwer nicht zu pieken, ich schwör's dir. Feindliche Drohne ist aktiv. Mhm. Wir haben beide Geist, glaube ich. Du musst dich ein bisschen bewegen. Der wird gekillt. Der wird schon angeschossen. Mhm. Der ist links unter uns. Ja, ja. Der ist alleine. Du hast den auf dem Hardbeat auch, ne? Hinter uns immer noch den, ja. Also hinter uns sind die beiden guten. Der, der im Lowground ist, der hat auch keine Platten gehabt. Okay. Ich war Gulag, ja. Ich hör die langsam. Ja, die sind zu zweit jetzt. Arsch an Arsch. Die sind da jetzt, glaube ich. Hier ist der Treffer. Glaube ich auch. Ja, ja. Ah, ne. Kann sein, dass der andere ist. Warte mal. Aimart bitte da ab. Mein Marker. Links von uns gestampt. Ja, 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 ja. Kann sein, dass man hier reinkommt. Und der andere war jetzt auch schon auf dem Hardbeat. Ein bisschen unten. Guck nochmal nach links mit dem Hardbeat. Ja, ja, das sind beide, das sind beide. Die sind direkt hinter uns. Ja, ja. Arsch in Arsch. So wie wir. So wie es Mark. Und siehst du den vorderen noch auf dem Hardbeat? Warte. Ah, die haben so einen. Ja, ja, der ist, der ist genau da. Ich hab goldene Gasmaske. Ich hab goldene Gasmaske. Ja, ja, ja. Ich hab auch goldene Gasmaske. Ich hab auch goldene Gasmaske. Ich nehm, glaube ich wirklich, ich leg Sniper weg. Das ist ja auf den Fersen. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen. Die werden im Open laufen müssen. Einer noch. Nice. Habe ich nen Finish? Erledigt. Wichtig, wichtig, wichtig. Er ist hier, ist hier. Kannst du... Greife den Schützen an. Die Festplanate wird's richten. Einer ist noch hinter uns. Denk dran, ne? Ja, ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Gas breitet sich aus. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir müssen nach oben. Hier oben, oben bei mir. Letzter. Ich bin komplett one. Ja, jetzt bei mir. Ich hab Self Drive. Alles gut. Let's go, Dome. Come on, Alter. Back to back, baby. Eieieiei. Weg zu weg zu weg zu weg. Was ist denn los? Das ist halt was. Das war die richtige Entscheidung, Chad. Ich bin da. Dome da. Wer hat hier gezweifelt? Dome da. Triple D. Wichtig. Come on. Woo. Ich könnte chillen im Blast in Berlin. Aber warum? Ich bleib lieber hier. In einem Loch könnte ich alles verlieren. Deshalb bleib ich bei dir. Ich bin da. Ich bin da.